Moin Leute, mein Name ist Johnny Akaser, die Lett und heute steigen wir mit dem Drachenclan in die Lüfte. Der Clan kommt mit neuen Mechanics und einem einzigartigen Militär. Vor wir starten, möchte ich noch von dir wissen, was du am Drachenclan so magst. Schreib es mir jetzt in die Kommentare und dann fangen wir auch direkt an mit dem Video. Mit dem Clan des Drachens, NetHawk, müssen wir uns neben den Startboni und den Build- und Lore-Orders auch noch die Besonderheiten des Clans angucken. Außerdem gehen wir noch besonders auf das Militär ein, da wir keine normalen Einheiten mehr haben. Drei Sterne in der Schwierigkeit ist der Clan nicht gerade leicht, dafür hat er aber auch drei Sterne in der Entwicklung und im Militär. Im Support hat der Clan keine Sterne. Der Clan kommt mit einigen Startboni. Zum einen können deine Dorfbewohner in neutrale Gebiete gehen und verletzte Einheiten schaden weder deiner Produktion noch deiner Zufriedenheit. Darüber hinaus hat der Clan von Anfang an das Gebäude Scheiterhaufen, auf Englisch Sacrificial Pyre, womit er Drachenessenz produzieren kann. Das ist eine dem Drachen Clan exklusive Ressource, mit dem du verschiedene Boni bekommen kannst, welche du im oberen Bildschirm in deiner Extra-Leiste siehst. Durch das Opfern von Leben bekommst du Drachenessenz. Hier kannst du beispielsweise deine Sklaven opfern, Einheiten, die auch wieder Clan exklusiv sind. Sie verbrauchen keine Wohnplätze, verbrauchen 33% weniger Nahrung und sammeln 50% weniger Nahrung. Außerdem kann es passieren, dass sie Aufstände anzetteln. Mit dem Sklaven startest du mit zwei Sklaven und drei Dörfernwohnern ins Game und dein Kriegsheld ist Suktur, kurz zur Drachenessenz. Du opferst Leben und je nachdem, was du für Einheiten opferst, bekommst du unterschiedlich viele Cents. Also für einen Dorfbewohner zwei und für einen Sklaven drei. Die ganze Mechanik ist ein zentrales Gameplay vom Clan. Es ist also nicht nur da, um Boni zu bekommen, sondern wenn die Leiste leer geht, wirst du auch mit Unzufriedenheit im Clan bestraft. Als Bonus kannst du eigentlich jede Ressource bekommen und mit mehr Ruhm wird der Bonus verstärkt und die Leiste erweitert sich, wodurch du mehr Flexibilität bekommst. Da du ohne Probleme mehr Sklaven halten kannst, wirst du in der Regel auch eher Dorfbewohner opfern und die Sklaven arbeiten lassen. Ab 200 Ruhm bekommst du fünf Sklaven zugeschickt. Deine Drachenessenzleiste erweitert sich und die Boni sind verstärkt. Ab 500 Ruhm wird die Leiste vervollständigt und die Boni wieder verstärkt. Außerdem kriegst du einen 10% Angriffs-Buff gegen Gegner, die in einer Siegbedingung vor dir sind. Dein Relikt ist ganz einfach erklärt. Du kannst für 200 Nahrung den Draconic Jutun beschwören. Einen draconischen Riesen. Im Game fangen wir mit der Speerhütte an, danach bauen wir eine Holzfällerhütte und ein Haus, optimalerweise auf dem nächsten Gebiet. Jetzt holen wir unser Langschiff-Dock, um noch mehr Sklaven holen zu können. Mit dem Clan werden wir sehr viel Holz brauchen, deshalb ist unser nächstes Gebäude noch eine Holzfällerhütte. Dabei sammeln wir jetzt erstmal Holz, bis wir unsere Nahrungsgebäude und ein Silo bauen können. Danach balancen wir unsere Arbeiter so, dass wir genug Nahrung und Holz bekommen. Da wir mit dem Clan auf sehr viele Gebäude-Upgrade gehen, werden wir neben dem Holz auch noch Stein brauchen. Das ist auch unser nächstes Gebäude, die Steinmine. Und damit können wir hoffentlich unser Clan-Haus früh upgraden, um eine Bevölkerung von 20 zu bekommen und damit die Ansprall der Sklaven zu erhöhen. Ansonsten holen wir jetzt ein Haus, um die Bevölkerung hochzubekommen. Danach holen wir eine Eisenmine, ein Drachenmensch-Altar und eine Schmiede. Währenddessen wollen wir natürlich weitere Gebäude upgraden, um Ruhm zu generieren, wodurch wir früh 200 Ruhm hitten und nochmal 5 Sklaven bekommen. Unsere Sklaven opfern wir auch nicht. Wir opfern erstmal unsere Dorfbewohner. Durch die hohe Anzahl der Sklaven sollte man auch genug Nahrung für Festmähler haben. Im weiteren Spielverlauf holen wir jetzt einen Heiler, ein weiteres Langschiff-Doc, weitere Minen für unsere Upgrades. Und dabei präferieren wir natürlich Steinminen und wir bauen auch Häuser. Außerdem brauchen wir noch Militär und weil wir mit dem Clan keine gewöhnliche Armee aufbauen können, werden wir uns noch mindestens 5 Altare bauen. Mit den Gebäude-Upgrades kommen wir dann auf eine Armee-Stärke von 12, aber es lässt sich sagen, je mehr, desto besser. Da wir viele Gebäude-Upgrades holen, macht es Sinn, Free of Mining, Efficiency, Shipbuilding und Carpentry-Mastery zu gehen. Einen Slave-Trade brauchen wir in der Regel nicht, weil wir die Sklaven nicht opfern wollen und genug Geld haben. Danach holen wir Trichonic, Francie, Full Codes und Feeling Safe. Damit wollen wir genug Zufriedenheit aufbauen, um unsere Bevölkerung schneller wachsen zu lassen und Trichonic, Francie, bufft unsere Einheit nochmal um 100% wenn sie alleine sind. Danach holen wir Yords Blessing. Der nächste Schritt ist im oberen Strang Hard Labor zu holen. Damit können wir unsere Sklaven Gebäude zuweisen. Anschließend gehen wir auf Colonization, Eradication für die Silo-Upgrades, Walders Blessing, Recruitment und zum Schluss Blood, Sweat and Tears. Damit können wir nochmal den Gebäuden mehr Sklaven zuweisen. Unsere Steine benutzen wir für das Sklanhaus, die Nahrungsgebäude, unsere Langschiff-Docs und die Drachenmensch-Altare. Frühe Upgrades sind für das Erreichen von 200 Ruhm wichtig und die Altar-Upgrades sind für unsere Armee-Stärke wichtig. Das Eisen benutzen wir zum Upgraden der Seefahrer, der Nahrungseinheiten und für unseren Kriegshelden Soutour. Darüber hinaus graden wir auch unsere Drachenmänner ab, damit kriegen sie die Fähigkeit AOE, also Flächenschaden zu machen. Unsere Relikt ist eine sehr starke militärische Einheit, also holen wir die auch, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Mit dem Clan müssen wir den Legions Part wählen. Der funktioniert wirklich sehr gut mit unserem Spielstil. Da wir nicht viele militärische Einheiten upgraden können, ist Leadership nicht zu optimal. Unser Plan mit den Gebäude-Upgrades funktioniert gut mit Legions. Auch wenn der Draconic-Francy-Buff eigentlich sehr gut auf dem Papier ist, ist eine große Armee, also mit vielen Drachenmännern, doch besser als einzelne Drachenmänner und einzelne Angriffe. Deshalb rate ich dazu, hier eher auf eine große Armee zu setzen, als auf mehrere kleine Angriffe. Zu den Stärken des Clans zählt auf jeden Fall sein Scaling und die gute Echo, so wie das Militär im Mid- bis Late-Game. Die einzigartigen Mechanics mit den Sklaven lässt seine Wirtschaft boomen und seine Drachenmänner können Armeen auslöschen, die gerne doppelt so groß sind. Auf der anderen Seite kann der Clan Probleme bekommen, wenn man ihn nicht richtig spielt oder früh gerusht wird. Der Clan ist sehr schwer und hier richtig durchzublicken ist nicht einfach. Außerdem kann man gegen den Clan den Wissensbonus Monster Slayer holen, um die Drachenmänner schneller zu besiegen. Dabei eignen sich Axtwerfer auch sehr gut. Also entweder will man den Clan früh rushen oder andere Clans wie Kraken, Ochsen oder Eber-Clan spielen, die auch im Late-Game mit ihm mithalten können. Mein Fazit, der Clan und die einzigartigen Mechanics machen echt viel Spaß und sind sehr stark. Die zwei Sterne der Schwierigkeit machen sich aber auch bemerkbar. Wenn man den Clan aber übt, kann man mit ihm sehr gut online spielen und climben. Im Teamplay oder im Free-for-All etwas besser als in Duellen, aber overall ziemlich gut. Ich hoffe euch hat der Guide zum Tragenkleiden Nidhogg gefallen. Hier rechts findest du jetzt noch ein Video zum nächsten Guide.